Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamland Valley. Wie ihr sehen könnt, ist ja links oben in der Ecke ein Fest der Freundschaft und Vajana ist schon fertig, Anna, Elsa und Christoph, die brauchen noch ein Waldchen. Das heißt, ich werde jetzt irgendwie hier, ja, keine Ahnung, mal hier und da was machen. Was wollt ihr denn essen? Oder was? Bubble Tea mit Münze? Mal gucken. Bubble Tea mit Münze möchte der Herr. Dann schaue ich mal. Bubble Tea ist ja eher unten, aber nicht so weit unten. Da, Bubble Tea mit Münze. Habe ich noch Milch? Habe ich. Naja, der kriegt da ein bisschen Bubble Tea mit Münze, würde ich sagen. Das tut auch dem Event noch ein, ein... ...etwas Gutes, weil ich ja noch zwei Sachen entdeckt habe, die ich doch ganz gerne noch haben würde wollen. Ähm... Oh, Hallöchen. Hi. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Äh, ja, ich weiß, aber es ist ein ganz besonderes Teelein, ne, Bubble Tea. So, deine Bestellung, mein Freund. So. Äh. Okay, super. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, ich auch, ich auch. So, dann haben wir hier Dreamlight-Flechten abge... Okay, das war jetzt eigentlich eher weniger mein Ziel. Und zwar, wartet mal, Belohnungen. Ich kann euch das mal zeigen. Das hier würde mich interessieren, denn ich glaube, das ist kein Motiv. Und, also das hier, ne, die Kamera, Vita-Scope und was hatte ich noch gesehen eventuell? Ja, diesen Haarreif, ne, den würde ich dann auch noch nehmen wollen. Erstmal. So. Hey, Ska, gerösteter Spargel. Kommt sofort. Gerösteter Spargel. Ich glaube, den kann ich auch. Sag ich doch. Dann bekommt der Herr das auch. Ja, hier hast du ein vegetarisches Essen. Aha. Aha. Ja, ist gut. Ska, ist gut, ist gut. Ähm, wartet mal, Aufgaben. Irgendwo war das doch hier mit den Restaurants, oder? Ach nee, das war doch die andere. Ach, verdammt. Mache Pizza. Wartet mal. Bau Aquamarine ab, gib Donut. Ja, ich muss mit Donut mal ein bisschen nochmal rumrennen. Wartet mal, Pizza. Wie sieht das denn aus mit Pizza? Kann ich eine ganz normale Pizza machen? Irgendeine, die nicht so viel kostet, vielleicht? Champignon Pizza. Ja. Schade, dass man auch die Menge nicht angeben kann, ne? Wie viel man auf einmal machen will. So, dann machen wir das noch mal. So, und dann machen wir das noch mal. So, jetzt fickt mir natürlich wieder Käse. Äh. So, viel, viel Pizza muss ich nochmal machen. Noch eine. So, nur noch eine Pizza, dann haben wir's. Okay, das und das. Perfekt. So, dann haben wir das auch. Dann kann ich... 35. Super, dann kann ich schon mal die Belohnung abholen. Okay, auch abgefrühstückt. Äh, LAN. Ne, Eventbelohnungen. So, dann würde ich erst mal die Kamera hier nehmen wollen. Tada. Sehr gut. Dann hab ich das. Und dann brauch ich nochmal 25. Was ist denn nochmal die... Moment, Sammlung. Sets und Möbel. Miki und Freunde. Ja, genau. Super, cool. Ähm. Aufgaben. Was haben wir denn als nächstes? Aquamarine mit Donald. Flussbarsch mit Donald. Sternmünzen sollte ich noch hinkriegen. Fange Buntbarsch. Oder gibt Donald seine Lieblingsgeschenke. Wartet mal, wo ist denn Donald? Es ist natürlich heute wieder ein bisschen viel, ähm, Menü. Guckerei. Hechtgrüne Passionslinie und ein Früchtebrot. Okay, wartet mal. Früchtebrot müsste ich doch eigentlich noch in meinem... In meinem Dingens haben. Ist denn der Donald schon wach, Leute? Das ist auch wieder so eine Sache. Der schläft immer so, so lange. Donald. Ja, er schläft. Ach, der macht mich ganz wahnsinnig, der Typ. Und ich dachte immer, ich schlafe lange, ja? Okay, wartet. Geburtstagskuchen ist ein bisschen teuer, ha? Aber da kriege ich auch nur 15 für. Hier bekomme ich wenigstens 35. 30. Gut. Gut, wir gehen... Wir gehen nach oben. Wir gehen nicht nach oben, weil ich wieder falsch bin. Oh Mann. Nein, ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich hierher. In die eisigen Höhen. So. Oh, hier sind wieder ein paar... Lachdornen. Fantastisch. Oh, jetzt... Jetzt... Hat es ein klein wenig geruckelt. So. Ach komm, wir bauen jetzt mal hier alles ab. So, wieder mal ein bisschen Geld verdienen und so. Ich würde ja auch viel lieber auch ein bisschen bauen mit euch. Aber ehrlich gesagt, ich habe doch so viel... Äh, so wenig Materialien, dass sich das im Grunde bei mir gar nicht lohnt, ne? So, das, das, das. Alles mitnehmen. Warum ist denn hier heute so ein Ruckeln? So ein Freeze. Was ist denn heute los hier? Okay. Okay, das. Kommt, die Angeln auch mal den, den, den blauen Kreis da weg. Der war aber daneben. Also, aber du hast... Du hast mir jetzt die Sicht versperrt, du Vogel. So, jetzt. Der geht mir vielleicht auf den Zunder. So, das. Na du. So, dann habe ich hier... Geh doch mal aus dem Weg, du Lackaffe. Ja, hau ab. Danke dir. Einmal hier noch wegmachen. Genau. dann habe ich noch das übersehen natürlich Okay, das haben die Oh mein Gott, Spiel Ich sollte mal auch gucken, ob ich mir mal ein anderes Haustier mal wieder gönne Ich meine, der Hase ist ja auch richtig niedlich, ne? Kann man ja nichts anderes sagen Aber ein bisschen Abwechslung wäre ja trotzdem nicht verkehrt So, einmal noch hier die Pflanzen Einmal das hier und dann muss ich noch einmal schippen Ne, Schiffe, Schaufel Schiffe, Schaufel Genau Mach das wieder weg, das sieht doof aus Habe ich jetzt So weit alles abgebaut auch? Ne, da vorne, ne? Habe ich das übersehen oder ist das wieder nachgesprochen? Ich habe keine Ahnung Wahrscheinlich habe ich das wieder übersehen Genau Gut Dann habe ich hier noch was übersehen wahrscheinlich Das nehmen wir auch alles mal mit, wobei ich Holz echt gut am Start habe Okay, das Meine Goldmünze ist da immer noch drin Ja, ja, ich weiß, ihr wollt einen weißen Stör, aber ich habe jetzt kein Wei Geh auf Oh, eine Kugel, sehr schön Okay, ich denke, dann habe ich hier soweit erstmal alles erledigt Ja, so, dann gehen wir jetzt Wartet mal, wie viel Platz habe ich denn noch? Oh, ich bin sowas von voll Dann sollte ich mal erstmal nach Hause gehen Mal die Sachen erstmal wegbringen Oh, ne, wartet, ich habe ja, ich habe, oh, oppala Ich habe ja hier ein bisschen Samen Genau Und dann gehen wir zu mir nach Hause Ähm, ne, wie geht erstmal hier rein? Genau So, erstmal Blümchen ein, 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 ein Dingens, ne? Einlagern Wo sind die? Dann sind die ja nur hier drinnen Okay, ich sollte mal die Blumen alle in eine Kiste packen Dann muss ich nicht so viel rumsuchen Also, ich glaube, das ist auch voll Genauso wie die da, ja, die sind auch voll Zwiebeln sind voll, die sind voll, das weiß ich jetzt nicht so genau Aber die sind voll, die sind voll Da weiß ich auch noch nicht so genau Die sind voll Die sind voll Die sind voll Ja, ich gucke lieber nochmal I'm, I'm looking Okay, das hätten wir weggemacht Und einmal das Dann habe ich hier noch Schneekugeln Die kommen auch weg So, hier ist, glaube ich, auch voll Die kommen mal hier hin Also, das ist alles zum Verkaufen erstmal Ähm, habe ich hier noch was, was weg kann? Nee, ne? Nein Gut, dann gehen wir nochmal rüber in die Küche Ich könnte theoretisch auch Hier mein ganzes Lager reinmachen, wisst ihr? Das wäre doch, glaube ich, auch eine Idee Na? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das machen sollte Okay, ähm So, jetzt gehen wir erstmal hier Schritt für Schritt hier Durch Du bist auch voll, genau So, jetzt wollte ich mal gucken Die, nee, die sind noch nicht voll So, jetzt sind sie aber voll Habe ja wieder ein bisschen was verbraucht, ne? Okay, das, 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 das Ja, den habe ich noch Fisch Äh, der da aber nicht reinkommt Der kommt dann wohl eher hier rein So, der ist weg So, Käse muss ich wegpacken Nee, ich glaube, den Käse habe ich hier mit drin In der Regel Genau, das sind meine Questsachen, die darf ich auf gar keinen Fall verkaufen Aber ich könnte, oh, nein, 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 wartet Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ich wollte doch vorhin was gucken, ob ich das nicht im, im Äh Geburtstags Nee, was war denn das? Ich, ich weiß es nicht mehr Ich wollte irgendwie gucken Ob ich was drin habe Na, ist egal, ich habe es wieder vergessen Dann war das eben auch nicht so wichtig So, das kommt weg So, wartet mal, kann ich denn noch eine große Kiste bauen? Äh, nee Kleine Truhe, große Truhe, mittlere Truhe Nee, ich will eine große haben Fünf Goldbarren Was kostet denn hier dieser Wegweiser? Was ist eigentlich, ist das hier die Beschriftung für, für die Kisten? Nee, ne? So, ich wollte doch einmal die hier Dann habe ich, glaube ich, jetzt zwei Müsste ich jetzt haben Ähm Zwei So, wartet mal Ich werde das jetzt einfach, tatsächlich Ein bisschen ummodeln So Ich werde jetzt hier wirklich meinen Lagerplatz machen Wenn ich die Kisten finde Da sind sie Eine Truhe Eine Truhe Ah Einen Moment So Lager öffnen Clevere Übertragung sortieren Nee, also hier Nee, schade, man kann das nicht Okay, dann scheint es tatsächlich Wartet mal Was kostet mich denn hier so ein Schild? Ich stelle mal eins her Ja? Wollten wir das mal angucken Individueller Wegweiser Individueller Wegweiser Alles klar Mach mal weg So, jetzt ist mal die Frage, wie das funktioniert Ähm Der Wegweiser Der Wegweiser Da ist er Aha Aha Aha, aha, aha So, wartet mal Ich werde das mal kurz hier Ein Ding jetzt nach vorne machen Anhängen kann man das leider nicht, ne? Mal gucken Aber eigentlich süß, oder? Interagieren Ach, wie süß Ach, wie süß Ach, ist das süß Ach, ist das drollig Okay Ähm Ja Jetzt weiß ich nicht so genau Was ich eigentlich da rein machen will Ähm Ich könnte ja Ich könnte ja Ja, was könnte ich eigentlich? Ist jetzt eine gute Frage Ich über Oh mein Gott Wartet mal Ja Blumen Blumen Mir fällt ein gerade Ich mach erstmal die ganzen Blumen rein Wo ist hier ein Zeichen für Blumen? Äh Hier Ach, ist das süß Ach, ist das drollig Ja, doch, 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 doch Das gefällt mir sogar Schade Schade nur, dass man das nicht an die Wand klatschen kann, hm? Ich will noch ein Schild Ich will noch so ein Schild haben Ich mach mal 3 noch Okay, super Mittlere Truhe Nein, ich will wenn denn Achso, ich hab keine Goldbarren, war Moment Goldbarren Aber ich kann doch ein paar herstellen Ich hab doch wieder ein bisschen gesammelt 20 So Und jetzt machen wir nochmal die großen Truhen Achso, ich hab kein dunkles Holz Oh Übel Okay, gut Aber ist ja nicht schlimm Ist ja nicht schlimm So, pass auf So Ähm Buckelpack Dann machen wir das natürlich Dann machen wir das natürlich Auch eins davor Oh Entschuldigt meine Lieben, das kam wieder so plötzlich Oh Gott Ähm Große Truhe So, dann machen wir mal Mal Die dahin Achso, ich hab Hab ja gar keine mehr, ne Ich hatte ja nur zwei Äh, eine machen können noch Aber ist okay So Einmal dahin Einmal dahin So Okay, ähm Hier haben wir die Blumen Wovon hab ich denn noch so viel Ne, ich wollte eigentlich Jetzt komm ich da nicht ran, ne Achso, wartet, wartet Ich muss es nochmal Ganz kurz Verschieben Dann komm ich nämlich da ran An das Schild Interagieren, so Ähm Wartet mal, Diamanten Ähm Mach ich da Ja komm ich mach jetzt hier die Fische Ja komm ich mach jetzt hier die Fische Die Fische, so Und dann mach ich hier Meine Gerichte Meine Gerichte Erstmal Fische und Gerichte Blumen und Ja Ich hab noch keine Ahnung Okay, äh Hab ich, wartet Wo, wo bin ich denn jetzt hier? Ach hier So, die können weg Achso, jetzt, jetzt kann ich ja Moment Die hier reinmachen? Genau Achso, die Gerichte hätte ich doch schon reinmachen können Wartet mal Ein Moment Moment Dann mach ich hier schon mal die vier Plitzen rein So Moment, das ist Eins, zwei, drei Hier ist das, äh, vier Sterne Menü So, sieht's aus Okay, äh, das Dann kann ich das jetzt hier mal öffnen Ein Möbelstück Eine gefließte Echthecke Oh mein Gott Eine gefließte Ecktheke So, meine Güte Okay, wunderbar So, dann guck ich mal gleich, wo die drin ist Ist die bei Werkbank? Okay, aber unter welcher Rubrik? Funktionelle Gegenstände? Nein Bin ich jetzt irgendwie blöd? Bin ich jetzt irgendwie blöd? Moment Ich seh's nicht, ich seh's nicht Achso, wartet mal Ne, Moment Aber da find ich ja sowieso nicht die Theke, sondern Ach, ich find's jetzt sowieso nicht hier Ich find hier gar nix Also Ach hier, bei Ratatouille ist die drin Interessant Sehr interessant Okay Ähm So, dann gehen wir nochmal verkaufen Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei Meine Güte Oh, ich kann reden, Leute Bringe Anna die Gerichte Very interested Das machen wir dann aber in der nächsten Folge Verkaufen Verkaufen Jetzt wollte ich schon fast die Gerichte da umverkaufen Oh mein Gott Das wär ja was geworden Einmal das, einmal das, so Einmal das, einmal das, so Okay, so, dann würde ich sagen, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen Heute ist natürlich nicht so viel passiert Aber Buenos Dias Buenos Dias Aber wir haben, ähm, schon mal ein wenig Umdekoriert, sag ich mal Ähm Schade, dass man hier nicht reingehen kann schwimmen Ähm Naja Ähm Ja, genau, jetzt habe ich sozusagen einen Lagerraum direkt Ne Den ich schon mal angefangen habe zu bauen Das ist ja schon mal was Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen In der nächsten Folge gehen wir mit, äh, bringen wir Anna die Gerichte, denke ich Und dann schauen wir mal, wie es mit, ähm, mit der Mirabelle weitergeht Vielen Dank, habt noch einen super schönen Sonntag Bis zum nächsten Mal Bye Bye